einen wunderschönen guten tag mein lieben und willkommen zur ersten folge von haus flipper leute ich habe schon ein bisschen gespielt muss man zugeben also ich erkläre euch kurz was man im schimmer muss also ich lebe in so einer postbude und man hat hier verschiedene aufträge hier man hat hier verschiedene aufträge die man machen muss damit man dann geld verdient irgendwann kann man dann so fette häuser kaufen und die und die kommen dann auch noch verkaufen und ja leute das machen wir noch nicht denn wir machen erst mal das und soll hier von marcus handel bunker zum wohnen letzte woche hatten meine teuerste und wundervollte frau bestimmt dass meine schwiegermutter seine schwiegermutter so und dem achten scheiße kakerlaken mit staubsauger wegwischen und alles leute für heute ist das dann die erste folge in zukunft natürlich mehr davon dann kommen kommt denn hier runter hier hier kommt denn hier runter bestimmt im garten hier wie das aussieht ich muss ich hier putzen leute das muss gerade einfach so zack wer hat denn hier sind unwiesen geträgt erst mal ich verkaufen kann ich gar nicht verkaufen und das ist auch eigentlich das komplette spiel wir räumen das hier mal schnell ein so so und benzin kanister ein bisschen tränen und passte denn da nicht in der kunde hier hin so müssen das hier erstmal einräumen so 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 hopefully so 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 kann ich irgendwas hier verkaufen so stellen wir hier hin das auch und das auch so was auch alles weg zack auch fenster putzen schön mit dem kärcher so zack wieder ordentlich jetzt putzen ich muss man ruhig den auto mit neuer fähigkeitspunkt aufräumen von 70 putzen sind schneller machen Ja, bin ich jetzt fertig oder? Ach, ne, oh Scheiße, hier sind noch mehr, Null. Ich dachte, es wäre fertig, war ja wohl nix. So, hier ist noch mehr, Null. Ich finde, kein Müll, ich wusste man das Fenster, da muss ich hier weg. Und ich bin hier weg, 5000 haben wir nochmal bekommen. So Leute, dann würde ich sagen, das war es mit dieser Folge von Hausflipper. So, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen nach oben, da vergesst mich nicht zu oben. Und die Glocke, Tauti, wenn das ja keine Videos mehr verpasst und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Okay.